Das Thema SEO ist nach wie vor sehr wichtig, wenn es um das Ranking einer Webseite bei den Suchmaschinen geht. Zudem spielt die Suchmaschinenoptimierung auch eine große Rolle in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit einer Webseite. Um in beiden Bereichen zu glänzen, ist es daher wichtig, Fehler bei der SEO-Optimierung zu vermeiden. Nachfolgend wollen wir einige gängige Fehler etwas genauer unter die Lupe nehmen. Optimierung für Mobile-Geräte fehlt Der Trend mobile Geräte zu benutzen ist nicht mehr aufzuhalten. Immer mehr Menschen nutzen das Smartphone unterwegs oder auch zu Hause, um im Internet zu surfen. Webseiten, die nicht für Mobile-Geräte optimiert sind, schneiden daher aufgrund der schlechten Benutzerfreundlichkeit nicht gut ab. Das heißt das Ranking wird negativ beeinflusst, und die Seite rutscht bei den Suchergebnissen nach hinten. Wenn nun ein Webseitenbesucher eine nicht mobil optimierte Seite auf dem Handy aufruft, kann es sein, dass das Menü beispielsweise nicht richtig angezeigt wird, sich Textenhalte überschneiden oder verschoben sind, Bilder zu groß oder zu klein angezeigt werden, die Ladezeit extrem lang ist, und so weiter. Die Mobiloptimierung ist nicht nur für den Webseitenbenutzer wichtig. Gerade Google und Co. legen großen Wert darauf, dass Websites entsprechend optimiert sind, und honorieren diese Anpassungen in Form von besseren Ranking-Positionen. Gerne checken wir deine Webseite auf Mobile-Tauglichkeit und nehmen gegebenenfalls SEO-Anpassungen vor. Lese den ganzen Artikel über gängige SEO-Fehler in unserem Blog. Der Link ist auch in der Videobeschreibung. Wenn du an weiteren SEO-Tipps interessiert bist, abonniere gerne unseren Kanal oder unseren Newsletter.